Sie brauchen Power, Sie brauchen Geschwindigkeit und Sie brauchen perfekte Ergebnisse. Es ist Zeit für das brandneue 2-in-1-Bügeleisen. Phoenix Copper Pro. Bügeleisen und Dampfkletter in einem. Doppelte Power, die Ihre Bügelzeit halbiert. Das Geheimnis liegt im Copper Pro Powerdampf und der speziellen Bügelsohle. Die revolutionäre, antihaftbeschichtete Keramiksohle sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und den Hypergleiteffekt. Für ein müheloses Bügele-Ergebnis und Ihre Textilien werden niemals ruiniert. Auf Knopfdruck verströmt Phoenix Copper Pro seinen Powerdampf. Sehen Sie nur, bis zu einem Meter weit. Falten lösen sich einfach in Luft auf, sogar bei mehreren Schichten. Sehen Sie nur, 16 Lagen auf einmal. Genial! Dank des Phoenix Copper Pro Powerdampfstrahls war Bügeln noch nie so einfach und vielseitig. Bügeln Sie ab sofort, mit oder ohne Bügelbrett. Bügeln Sie im Handumdrehen, Bettlaken, Jeans. Einfach jedes Material, von zarter Seide bis zu schwerem Leinen. Dank des Hypergleiteffekts wird Ihre Wäsche immer ideal geschützt. Bügeln Sie sogar über jede Art von Auftrucken. Super! Und wenn es schnell gehen muss, bügeln Sie einfach wie mit einem Dampfkletter. Sogar vertikal. Frischen Sie Ihre Kleidung aus dem Schrank. In kürzester Zeit wieder perfekt auf. Bügeln Sie schwierige Stücke einfach im Hängen. Fantastisch! Oder nutzen Sie Phoenix Copper Pro überall im Haus, um Ihre Vorhänge, Bettwäsche oder Polstermöbel mühelos aufzufrischen. Sensationell! Bügeleisen und Dampfkletter in einem Gerät. Das gibt's nur bei Mediashop. Das gibt's nur mit Phoenix Copper Pro.